Hey ho Leute und willkommen zu einer neuen Runde Anti-Chamber. Ich muss gerade überlegen, wie das Spiel heißt. Wir schauen mal, wo wir so hin müssen. Ich bin in der Runde. Was ist hier? Eine Wall ohne Stairs. Ich will jetzt einfach mal kurz da hinreisen. So, das haben wir doch schon gelesen, oder? Ja, ähnliche Probleme können vollkommen verschiedene Lösungen haben. Aber ich dachte, wir wären auch schon hier hochgegangen. Waren wir noch nicht hier hochgegangen? Das würde mich aber wundern, wenn wir noch nicht hier hochgegangen wären. Doch, hier sind wir schon lang. Auf jeden Fall. Alte Skills sind nützlich, auch wenn wir, auch nachdem wir neue gelernt haben. So, ich würde jetzt gerne hier durch. Aber es ist zu schnell für mich, um wieder hinbauen. Ist irgendwo anders auch noch welche? Unter mir kann ich nichts abbauen. Ah, ich will doch einfach nur hier so ein kleines Tor bauen. Ob ich irgendwo durch kann. Lass mich durch! Okay, es lässt mich nicht durch. Ich hoffe, das mit dem Sound passt so. Ich sehe gerade leider nicht, wie es vom Sound so ist. Moment, ich probiere. Ich kann das Spiel nicht anhalten. Okay, ich kann nichts probieren. Da waren wir gerade als letztes. Okay. Ähm. Travel mal kurz wieder hin. Sind wir beim letzten Mal auf der anderen Seite dann lang gegangen? Sind wir jemals auf der anderen Seite lang gegangen? Grüner Würfel, grüner Würfel. Grüner Würfel, grüner Würfel. Sind wir doch bestimmt mal hier lang gegangen, oder? Moment, eins habe ich vergessen. Understanding the problem requires filling in the pieces. Ein Problem zu verstehen, äh, benötigt es, die Teile zu verstehen. Ich komme immer noch nicht hier durch. Aber hier sind wir schon mal lang gegangen. So viel weiß ich. Aber das ist schon ein bisschen her, glaube ich. So, ich will jetzt mal schauen, wenn ich hier alle rausnehme. Dachte ich, ich könnte sie auch hier einsetzen. Nein, kann ich nicht. Ich könnte dich auch noch rausnehmen. Dann müsste auch grün. Aber davon habe ich nichts. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich nicht einfach in die Richtung gehen? Und schon kommen wir zu den Stellen, wo mich dieses Spiel so verwirren wird. So. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt bin ich hier. Wo es nicht mehr weiter ging. So auf die Art. Erst nachdem ich gesprungen bin. Aber ich glaube, das ist nicht die richtige Lösung. Nein. Das war nicht so schlau. Aber wir kommen wieder runter. Einfach zwei, dreimal springen. Und dann sollte es schon werden. Und dann gehen wir hier mal raus. Und schauen mal, wo der Gang uns hingeführt hatte. Lauter Probleme. Sind hier beim letzten Mal hochgegangen. So. Was looks out of reach may only be a few steps away. Warte. Gerade ging das doch noch so. Dann kann ich doch hier durch. Nicht? Okay, wenn ich dich anklicke, machst du alle in die Richtung weg. Wenn ich dich anklicke, machst du alle in die Richtung weg. Aber die sind gar nicht weg. Okay, du verwirrst mich. Das verwirrt mich. Ich gehe weiter in die Richtung. Aber ich kann langsam. Mobbing. Ach, jetzt kann ich wieder hier nach unten. Okay. So. Lass mich nach da unten. Lass mich nach da unten. Lass mich da runter. So. Jetzt gehen wir mal hier nach unten. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Hier geht auf jeden Fall der Würfel weiter. Den wir vorhin. Vorhin. Jaja, vorhin. Wie als wäre es gestern gewesen. In einer letzten Folge. Dertlang laufen. Lassen. Haben. Tut und tun. So, wo sind wir jetzt hier? If you aren't paying attention, you will miss everything around you. Das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Hier waren wir schon. So. Ja, hier waren wir schon. Ich weiß es genau. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Aber ich tue es jetzt einfach alles nochmal. Denn vielleicht haben wir ja was übersehen. Und wer weiß das schon. Moment, wir müssen da von der Seite gegen... ...gegenschießen. Habe ich gut gemacht. Ah ja. 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 So, dich mitnehmen. Dich mitnehmen. Hier geht es nicht lang. Aber wir können hier lang. Und hier das einsetzen. Und hier einen Block einsetzen. Und dich wieder mitnehmen. Und dich mitnehmen. Und hier einen Block einsetzen. Und dich mitnehmen. Nein, nein. Habe ich beide. Ich müsste beide haben. Zack. Und zack. Und zack. So, jetzt waren wir hier hinter gekommen. Und hier hinten waren wir schon. Weiterzugehen benötigt manchmal das meiste von dem, was wir jetzt schon haben. Und hier haben wir dann die Pistole bekommen. Hier ging das Ganze noch super, das alles... ...teile alle so mitzunehmen. Aber es ging woanders nicht mehr super. Brauchen wir mehr Blöcke. Immer noch. Brauchen aber auch Blöcke dafür. Immer noch. Auf geht's. So, ich tue die jetzt einfach mal wieder. Hier und zurück. Ich hätte gern noch Blöcke, aber ich bekomme nirgends Blöcke. Manche Aufgaben benötigen eine Menge Sorge und Beobachtung. Also Vorsicht und Beobachtung vielleicht. Das ist fies. Alle Blöcke, die ich vorher da reingesteckt habe, sind nicht mehr da. Also probiere ich jetzt einfach mal, eher aus woanders reinzugehen. Vielleicht. Weiß ja auch nicht. Das Spiel ist fies. Und ja, ich weiß, ich spiele das Spiel eigentlich hauptsächlich deswegen, weil ich vorher wusste, dass es fies sein wird. Das wird trotzdem nichts ändern. Nehme ich sehr stark an. Wir gehen jetzt nochmal hier durch. Und gehen nochmal hier durch. Und schauen, ob sich jetzt etwas getan hat. Die Blöcke sind an derselben Stelle. Wenn, auch wenn ich hier Blöcke hinsetze, die nachher zurückgesetzt. Aber davon abgesehen, dass dieser Weg absolut merkwürdig ist. Aber gut. Gehen wir einfach mal hier eine Runde durch. So, wenn ich hier jetzt anfange, alles wegzunehmen. So mache, so mache. So mache, so mache, so mache. So mache. Selbe hier oben wieder tue. So, dass ich nichts, nein, vom Kern in der Mitte abschneide. Das war fies. Das fieseste daran ist das Spiel. Ich hoffe, ich habe genügend. Das Spiel war, musste, dass diese Stelle fies sein wird. Und hat mich trotzdem weiter verarscht. Das ist fies. Die eine Hälfte. Die andere Hälfte. Jetzt kann ich hier wieder einen Haufen Blöcke wegnehmen. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo einen Startpunkt oder irgendwas der Art finde, wie bei den anderen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann einfach nur hier Zeug durchlegen. Oh, da wollte ich gar nicht rein. Komm mit. So. Mastering a skill requires practice. Ja, wir haben es hinbekommen. Okay. Also geht es da nicht lang. Sehr gut. Some problems just come down to size. Was? Manche Probleme sind nur von der Größe abhängig. Irgendwas derart. Ich bin durchgekommen. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier und was? Warum bin ich hier? Dieses Up-Ding habe ich vorhin schon gesehen. Von oben. Hier kann ich durchgehen. Okay. Jetzt habe ich zumindest alle Blöcke verloren. Du kommst mir entgegen, sobald ich... Okay. Ich muss da drüben das Teil irgendwie sperren. Aber das kann ich so nicht sperren, glaube ich. Ich schaue erstmal, ob ich hier irgendwas Sinnvolles tun kann. Okay. Ich hole mir erstmal jede Menge Blöcke. Ich hole mir erstmal jede Menge Blöcke. Und Ich werde dann mal... Ich würde gerne weiterbauen. Jetzt geht's aber. So, jetzt wird die Tür offen. Es gibt keine Probleme, um eine Part, die schon funktioniert. Also, ich muss nicht das wegnehmen, was schon funktioniert. Und ich sehe leider gerade die Uhr nicht. Heißt, ich werde gleich mal... Stopp... Machen. So. Jetzt. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.